Ja, Hallöchen liebe Zocker und YouTuber und willkommen zurück zu, naja, nicht ganz Star Citizen, aber zumindest zu einem kleinen Besprechungsthema in Sachen Star Citizen. Heute gibt es hier kein Gameplay zu sehen, sondern ich habe mir mal gedacht, ich stelle mal so ein kleines bisschen vor, wohin ich denn in Star Citizen eigentlich so marschieren will. Jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen, wohin man denn möchte, wenn man sich dann später mal im Verse, also im wirklich persistenten Verse bewegen will. Und ich habe ja in meiner Karriere, kann man fast sagen, in meiner Star Citizen Karriere, einige Berufe ausprobiert, Mining, Salvaging, natürlich Bounty Hunting, natürlich Cargo Hauling und so weiter. Und da sind auch die entsprechenden Schiffe vorhanden, aber irgendwie hat man immer noch so eine Vorstellung, wo man denn eigentlich wirklich hin will. Das heißt, was dann eigentlich nachher die Profession, die Leidenschaft sein soll. Und da habe ich, ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert in den letzten Community-Posts, beziehungsweise auch in den Videos, dass ich eigentlich, und da liegt meine eigentliche Leidenschaft, in Richtung Forschung, in Richtung Wissenschaft gehen möchte. Und da vielleicht mit noch mehr Schwerpunkt in Richtung Medical Gameplay. Das hat mehrere Gründe. Und zwar einmal, weil ich es noch recht, sagen wir mal, stiefmütterlich behandelt finde und halt neugierig bin, wie es denn später mal sein wird. Also ehrlich gesagt bin ich kein großer Kämpfer und wahrscheinlich auch kein großer Cargo Hauler. Aber ich möchte halt an Sachen ran, wo ich sagen kann, ah, oh, da habe ich was Neues entdeckt oder ich habe Leuten geholfen. Und da ist Forschung und Medical Gameplay eigentlich eine coole Sache. Da möchte ich hin. Was nicht heißt, dass ich nicht hin und wieder auch mal das andere ausprobieren möchte. Aber das haben wir jetzt zu Genüge schon getan. Wir können uns ja mal überlegen, was haben wir denn in Star Citizen bisher? Ja, ich glaube, das am meisten ausgereifteste, was es derzeit gibt, dürfte Mining sein. Nehmen wir mal das Cargo Hauling außen vor. Nehmen wir mal das Bounty Hunting außen vor. Und Science ist sowieso nicht drin. Aber Cargo, Quatsch, Mining dürfte so das sein, was derzeit am meisten fortgeschritten ist. Salvaging ist auch dabei. Salvaging wäre ja auch eine interessante Profession, ein interessanter Beruf. Aber, wie gesagt, das haben wir alles ausprobiert. Da möchte ich eigentlich nicht hin. Was wissen wir denn über das Medical Gameplay? Darum soll es ja in dem Video hier eigentlich gehen. Das Medical Gameplay ist momentan so rudimentär drin, sagen wir mal. Was gibt es denn da bisher? Wir haben verschiedene Verletzungen, die man sich einfangen kann im Verse. Von leichten über schwere Verletzungen bis hin zu, sagen wir mal, Bewusstlosigkeit oder Tatenlosigkeit. Tatenlosigkeit, dann liegt man irgendwo rum und müsste von einem Spieler gerettet werden. Aber viele Abstufungen gibt es da nicht. Man ist entweder leicht, schwer oder komplett verletzt. Also liegt komplett, wie gesagt, K.O. irgendwo rum. Und dann kommt einer mit der Pistole, verabreicht einem dann irgendwas und dann geht es einem wieder gut. Beziehungsweise bei den schweren Verletzungen muss man tatsächlich sogar schon ein höherstufiges Mad-Bett aufsuchen. Wie soll das später mal werden? Dann haben sie ja schon so ein bisschen angeteasert, was man da später machen können soll. Da soll natürlich die Sache verfeinert werden. Das heißt, es soll je nach den Mad-Bett-Tiers, davon gibt es ja 1, 2 und 3, soll es halt verschiedene Verwundungen geben, die man nur dort heilen kann. Natürlich abwärtskompatibel. Und wenn man das nicht macht, dann hat man noch dementsprechende Nachteile. Hat man ja jetzt schon so ein bisschen, aber das soll dann später noch um einiges erweitert werden. Im Moment ist Star Citizen ehrlich gesagt wie so ein MMO. Wenn man stirbt, dann stirbt man halt, dann belebt man sich irgendwo wieder. Steht wieder auf, läuft los, hat bestenfalls sein Inventar verloren. Also das, was man am Leibe getragen hat und dann war es das. Später soll das ja so werden und da zeige ich euch einfach mal ein paar Seiten, wo ich mal so ein bisschen recherchiert habe, beziehungsweise einfach das, was sowieso schon bekannt ist, zusammengefasst habe. Später mal, zack, gehen wir mal hier raus. Später mal soll das natürlich so sein und da hat CLG selber so einen kleinen Artikel geschrieben, der ist irrsinnig lang. Der heißt Death of a Spaceman. Das heißt, später einmal sollen, sagen wir mal, medizinische Problemchen weit mehr Nachteile haben, als zum Beispiel, sagen wir mal, eine einfache Unannehmlichkeit. Also man hat ja jetzt schon quasi einen Zeitaufwand. Man muss quasi wieder dahin, wo man aufgehört hat zu spielen, muss da eventuell seine Leiche einsammeln. Eventuell hat man auch ein paar Verluste, die man aber beim nächsten Reset natürlich wieder hat. Also im Moment gibt es da nicht so vieles. Später mal soll zu diesen zeitlichen und, sagen wir mal, leichten materiellen Verlusten soll was wesentlich Schlimmeres vorkommen. Nämlich, wie gesagt, der sogenannte Death of a Spaceman. Und ich versuche mal, das Prinzip ungefähr grob zusammenzufassen. Das besagt so viel wie jedes Mal, wenn man einen Tod stirbt im PU, also nachher im echten PU, nicht in dem Alpha-PU von jetzt gerade, wenn man da einen echten Tod stirbt, dann hat man Nachteile. Das heißt, der Charakter hat Nachteile. Der verändert vielleicht sein Äußeres. Und es gibt auch nur eine bestimmte Anzahl von Toden, die man sterben darf. Und so gibt es also quasi so eine Art schleichende Degeneration des Charakters. Und diese schleichende Degeneration, die wird so ein bisschen als Death of a Spaceman bezeichnet. Und dann gibt es hier so ein Q&A. Ganz am Ende, was denn das genau heißt. Und da geht es dann los. Wir können ja mal ein paar Fragen durchgehen. Was ist denn ein Tod, in Anführungsstrichen? Also ein Tod sind halt zum Beispiel eindeutige Sachen, wie zum Beispiel, ich kriege einen Kopf weggeschossen, das steht hier so drin. Oder mein Raumschiff umherum explodiert und verwandelt alles in eine riesige Gaswolke, inklusive mir. Und so, also das sind Tode. Und ich denke mal, später lohnen natürlich auch unbehandelte medizinische Probleme. Sagen wir mal, böse Schusswunde im Torso und man liegt dann da rum und wird nicht behandelt, dann wird man auch irgendwann mal tot sein. Also logischerweise, was ein Tod ist, dürfte klar sein. Dann wird hier gleich als nächstes gefragt, wie viele Tode habe ich denn, bis mein Charakter dann wirklich tot ist? Also das heißt, bis da nichts mehr zu wollen ist. Wie gesagt, man hat nur eine begrenzte Anzahl von Toten. Und jetzt wird hier natürlich gefragt, wie viele Tode soll es denn im späteren Spiel mal geben, bis ich quasi meinen Charakter verwirkt habe? Ja, und da lässt sich CRG natürlich, wissen Sie wahrscheinlich selber, erstmal nicht in die Karten schauen und sagen, naja, das werden wir dann noch rausfinden. Wird auf jeden Fall mehr als einer sein, das ist klar. Und wie viele Tode man dann sterben darf, bevor da irgendwas passiert, das müssen wir dann gucken. Und sie sagen, was sie aber nicht wollen, ist quasi so ein Live-Counter am Boden vom Screen, wo dann am Ende dann steht, du hast nur noch einen Tod und dann ist ein Leben. Das soll auch so ein bisschen von den Umständen abhängen, haben sie gesagt. Das heißt, wie man stirbt, woran man stirbt und so weiter. Und ja, also da lassen Sie sich noch nicht in die Karten schauen. What happens on a disconnect? Rage quit? Da kann man dann auch drüber diskutieren, wenn man quasi das Kabel zieht oder Alt F4 drückt oder wenn der Internet-Profiler sagt, auch da lassen Sie sich erstmal nicht ganz so reingucken. Dann geht es hier so ein bisschen auf die Details ein. Wie ist es denn, wenn ich im All ausgesetzt werde oder was weiß ich hier, was passiert nach einem Headshot? Auch das ist alles erstmal müßig drüber zu diskutieren. Wichtig ist das Prinzip, dass man halt nur eine bestimmte Anzahl von Leben hat und dass am Ende dieser Leben quasi dann, naja, eigentlich die Erstellung eines neuen Charakters besteht. Wobei auch darüber diskutiert wird, wie ist es mit Griefing und das ist alles noch nicht in Tüten. Da können wir drüber reden. Es soll auf jeden Fall dann auch die Möglichkeit geben, naja, einfach wieder von vorne anzufangen. Also nicht von vorne, sondern quasi seinen ersten Charakter zu beerben. Darüber wird auch geredet, dass man quasi dann in die Fußstapfen seines, ich nenne es jetzt mal Vaters oder sowas trifft, auch Altern war im Gespräch, wie das mit Altern ist und alles so eine Sachen. Und das wird hier so ein bisschen drüber diskutiert. Wie gesagt, das ist alles noch nicht in Tüten, aber das ist so ungefähr das, wo sie hinwollen. Und dann wird hier auch gefragt, wie ist es denn, wenn es einen permanenten Tod geben sollte, das heißt nach einer bestimmten Anzahl von Leben, schreckt das die Spieler nicht ab, macht sie vorsichtiger. Ja, das soll sie ja auch vorsichtiger machen, denke ich mal. Und ja, also ein interessantes Konzept, wo wir sehen müssen, wie wir das machen. Die interessanteste Frage dürfte am Ende sein, wenn ich denn einmal dann diesen permanenten Tod gestorben bin, also das heißt, meine Leben aufgebraucht habe, muss ich dann die Squadron 42 nochmal durchspielen, um einen neuen Charakter zu erschaffen? Nein, da sagt er hier, everything you earn from Squadron 42, also alles, was man da mit aufgenommen hat, wird man natürlich behalten, also die Citizenship, die Credits, die man bekommen hat, das Starterschiff oder beziehungsweise alle Schiffe, die man halt dann dementsprechend hat und so weiter und so fort. Viel mehr wird da nicht drauf eingegangen, aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, das ist natürlich etwas, was den Spieler vorsichtiger sein soll. Also der Spieler soll vorsichtig sein und sterben soll nicht wie in vielen MMOs einfach nur eine lästige Unannehmlichkeit sein, sondern man soll sich überlegen, wie ist es mit sterben. Und da greift dann jetzt natürlich das, was ich später, wohin ich später hin will, das heißt, ich möchte ins Medical Gameplay rein, natürlich hauptsächlich in die Science, aber halt auch mit dem Schwerpunkt Medical Gameplay. Okay, und da greift das natürlich, das heißt, die Spieler werden vorsichtiger sein und sie werden gewillt sein, ordentliches Medical Gameplay zu bekommen von anderen Spielern zum Beispiel und da möchte ich halt hin, mit allen möglichen Spekulationen, die natürlich in die Richtung gehen. Und da würde ich gerne mal vorstellen, also außer den Spekulationen, was es denn da so im Medical Gameplay derzeit im Moment noch gibt und was da vielleicht auch für Zukunftsaussichten so stehen. Im Moment gibt es in Richtung Medical Gameplay, wenn wir mal vom First-Person-Aspekt ausgehen, also wenn wir das mal außen vor lassen, natürlich, wie gesagt, man hat die verschiedenen Madpens, man hat die verschiedenen Heilpistolen und kann damit Spieler behandeln, kann sie zu einem gewissen Grad behandeln und kann sie dann quasi wieder so weit hinbiegen, dass sie allein zu einem höheren Mad-Tier-Bett gehen können und sich da quasi behandeln lassen können. Da hätten wir als allererstes mal, außer halt diesem First-Person-Aspekt, die zwei folgenden Schiffe, die dafür ausgelegt sind. Und zwar hätten wir einmal das ganz kleine Schiffchen, das ist die Pisces Medical oder Pisces Rescue. Die hat ein Tier-3-Bett, ein einziges Tier-3-Bett. Und Tier-3 sind hier, auch wenn man es vielleicht in die andere Richtung sieht, sind die am niedrigsten gelegenen Mad-Betts. Da kann man vielleicht, was weiß ich, wenn man sich einen Zehennagel einreißt, dann kann man das behandeln. Oder wenn man sich, was weiß ich, wenn man sich mit einem Hammer auf den Daumen haut, dann kann man sich da auch ein Pflaster drauf machen. Also vielmehr reichen die nicht. Das sind so die am schwächsten ausgelegten medizinischen Betten. Die sollen später mal dafür gedacht sein, wenn das Gameplay verfeinert wird, dass Spieler, die quasi ernsthaft verwundet sind, stabilisiert werden. Das heißt, die werden dann auf dieses Low-Tier-Bett draufgelegt. Die werden dann stabilisiert. Das geht eine Weile gut. Sagen wir mal, aus fünf Minuten bis tot wird dann vielleicht 30 Minuten bis tot oder eine Stunde bis tot. Und die müssen dann quasi irgendwo hingebracht werden, wo ein Tier-2- oder gar ein Tier-1-Bett vorhanden sind. Also diese Pisces Rescue ist keine lebensrettende Maßnahme, aber keine lebenswiederherstellende Maßnahme, sondern quasi nur eine verlängernde und eine Zubringermaßnahme, um den Spieler zu einer sinnvollen Einrichtung zu bringen. Und da soll er dann behandelt werden. Im Moment ist das nicht notwendig, weil es gibt keinen Timer außer dem kompletten Timer im Moment. Wenn man über einen Haufen geschossen wird und man hat eh anderthalb Stunden Zeit, dann reicht es aber, wenn ein Spieler mit der Madgun vorbeikommt und einen wieder ins Leben bringt. Dafür brauchen wir keine Pisces Rescue. Im Moment ist die Pisces Rescue mit ihrem T3-Bett also fast sinnlos. Man hat keine Vorteile davon, außer dass man sich da Hunger und Durst quasi wegheilen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Später mal wird sie, wie gesagt, eine stabilisierende Wirkung und eine Zubringerwirkung haben, dass man sie halt zu einer besseren medizinischen Einrichtung oder einem Schiff bringen lassen kann. Das heißt, so ein Ding ist quasi ein Krankenwagen. Da wird ja auch nicht behandelt im Krankenwagen. Da wird stabilisiert und da wird man irgendwo abgesetzt. Eine gleiche, eine ähnliche Aufgabe hat dieses Schiffchen hier. Das ist die Cutlass Red von Drake. Die hat zwei Tier-3-Betten drin. Das heißt, die kann zwei Patienten, die stabilisiert werden müssen, einladen und kann die dann irgendwo hinbringen. Hat halt auch keine lebenswiederherstellenden Maßnahmen, sondern halt nur eine verlängernde Maßnahmen, stabilisierende Maßnahmen. Und sind auch dafür gedacht, genauso wie die Pisces Rescue, um die Patienten dahin zu bringen, wo sie behandelt werden können. Auch diese Red hat im Moment natürlich noch keinerlei Sinn und Zweck, weil es halt noch keine Notwendigkeit gibt, jemanden zu stabilisieren. Da reicht eine Madgun, stelle ich mich daneben, drücke einmal drauf, steht ja wieder, alles gut. Also auch das Schiff ist im Moment medizinisch gesehen noch nicht sinnvoll. Welche Vorteile habe ich, wenn ich dieses Schiff nehme gegenüber einer Pisces Rescue? Naja, es ist ein größeres Schiff. Es hat wahrscheinlich eine größere Reichweite. Es hat definitiv hier oben eine bessere Radarschüssel. Also es findet einen eher. Und es ist kämpferisch auch etwas stabiler. Es kann etwas mehr austeilen. Das heißt, es ist quasi ein besserer Krankenwagen als die Pisces Rescue. Ich sehe es aber trotzdem erstmal auch nur als Zubringerschiff, als Krankenwagen, beziehungsweise als Synergie für größere Schiffe. Da kommen wir noch zu. Auch die Pisces Rescue hat eine Synergie, kommen wir auch noch zu. Die beiden Schiffe sind Zubringerschiffe, die mit anderen zusammenarbeiten sollten oder zumindest mit einer medizinischen Einrichtung. Das erste sinnvolle medizinische Schiff ist die Apollo. So, entweder in der Triage- oder in der Medivac-Ausstattung. Habe ich da ein Bild von der Triage- oder Medivac-Ausstattung? Von der Äußeren. Ja, hier vorne haben wir eine Medivac. Das ist die weiße hier vorne. Und hier unten aus dem Hangar, da kommt eine Triage raus, in rot gehalten. Und von innen sehen die halt, wo sind sie? Da, so aus. Das Schiff hat ungefähr Conny-Größe, ganz grob gesehen, ein bisschen kleiner vielleicht. Und hat und ist darauf ausgelegt, definitiv darauf ausgelegt, wie auch die Cutlass Red für das medizinische Gameplay eingesetzt zu werden. Wir haben zwei Module. Also abgesehen davon, dass wir hinten zwei Laderäume haben, dass wir hier eine kleine Schleuse haben, wo die Leute reinkommen können. Wir haben hier vorne die Brücke mit dem Crew-Bereich und den Komponenten. Das Kernstück von dem Ding sind diese zwei modularen Räume hier in grün gehalten. Und da sind im Moment hier auf diesem Bild beispielhaft drei Betten drin. Und das sind hier in dieser Ausstattung, wie es jetzt hier gerade so ist, Tier-3-Betten. So, würde man das Schiff so nehmen, wie es hier ist, das heißt, würde man hier diese drei Tier-3-Betten haben und hier nochmal drei, dann hätte man also sechs Tier-3-Betten. Dann wäre es aber nichts weiter als, genauso wie die Cutlass Red und die Cutlass, äh Quatsch, äh die Pisces Rescue, nichts weiter als ein Zubringerschiff. Aber diese modulare Bauweise soll so gestellt sein, dass man statt drei Tier-3-Betten auch jeden dieser Räume austauschen kann gegen zwei Tier-2-Betten, also ein Tier höher. Womit man dann quasi schon schwerere Verletzungen behandeln und oder stabilisieren kann. Oder statt zwei Tier-2-Betten ein Tier-1-Bett, also das höchstmögliche in Star Citizen verfügbare Bett, was quasi auch die schwersten Verwundungen, wenn sie denn behandelbar sind, heilen können soll. Und damit wird dieses Schiff natürlich, wenn man zumindest einen dieser Räume vielleicht gegen ein Tier-1-Bett austauscht und den anderen Raum vielleicht entweder zwei Tier-2-Betten oder die drei Tier-3-Betten da drinnen lässt, damit wird dieses Raumschiff, dieser Apollo, natürlich dann zu einem echten Lebensretter bzw. Lebenswiederhersteller, weil sie dann in der Lage ist, die Spieler quasi wieder voll auf Vordermann zu bringen und quasi zu retten und mit dem Tier-1-Bett sogar in der Lage ist, das ist ja dann die eigentliche Eigenschaft, mit dem Tier-1-Bett in der Lage ist, die Spieler respawnen zu lassen. Wenn sie also einen Tod dann doch erlitten haben, wie gesagt Kopfschuss oder Haumschiff ist in die Luft geflogen oder keine Ahnung was, dann können die Spieler da respawnen. Und das macht dieses Schiff dann natürlich, wenn der Death of the Spaceman kommt, wahnsinnig wertvoll. Einmal wertvoll, weil man damit vielleicht einen der limitierten Tode, die man hat, vielleicht komplett beseitigen kann, die Gefahr da drauf. Und zweitens, wenn man doch einen erlitten hat, dass man zumindest da respawnen kann und sagen kann, Mist, einen Tod verloren, aber zumindest bin ich jetzt hier wieder in der Gegend. Das macht natürlich bei Systemen wie Stanton wenig Sinn, da sind überall Respawn-Stations, aber wenn man dann halt eine Ork hat und diese Ork hat gerade einen Einsatz irgendwo auf dem Planeten und da sind Bodentruppen am Einsatz und da wird man erschossen, dumm gelaufen, aber dann kann man zumindest, wenn die Ork da so ein Schiff in der Nähe hat, da wieder respawnen, sich seine nächste Waffe greifen und sich in den nächsten Tod stürzen, wenn man denn möchte. Also das macht hier dieser Apollo das erste Mal zu einem richtig sinnvollen Schiff, auch im Sinne von, dass man sagen kann, okay, hier kann man alle Verletzungen heilen. Sie ist in dem Sinne noch limitiert, dass wenn man dann hier wieder respawnen sollte, dass man dann natürlich ohne Raumschiff dasteht und dann quasi auf diesem Schiff hier gestrandet ist als Spieler. Später wird es ja da Möglichkeiten geben, dass man quasi Spawn-Beacons setzt, das heißt der Käpt'n von der Apollo setzt einen Spawn-Beacon, dann wird man erschossen irgendwo, spawnt auf diesem Schiff und kann sagen, okay, was mache ich jetzt? Dann muss man wahrscheinlich erstmal warten, bis die Apollo irgendwo ist, wo man dann aussteigen kann und sich sinnvoll betätigen kann. Ja, dann ist man dann halt, oder man steigt da aus, wo sie gerade gelandet ist vielleicht oder sonst irgendwas, aber wie gesagt, da ist man dann noch so ein bisschen eingeschränkt, kommen wir aber auch noch zu. Damit ist das das erste lebenswiederherstellende oder spawn-ermöglichende Schiff und dann geht es natürlich wieder eine Nummer größer. Das nächste reine Medical-Gameplay-Schiff, wenn wir mal die Carrack außen vor nehmen oder alle anderen Schiffe, die auch eine Medstation haben, die lasse ich jetzt mal außen vor. Wie gesagt, da kann man dann eventuell spawnen, wenn es Tier 1-Betten sind, vielleicht auch bei der 890-Jump, ich glaube, die hat auch ein Tier 1-Bett oder bei der, welches noch? Nein, die größeren Militärschiffe, die lasse ich mal außen vor, ich gehe mal nur auf die medizinischen Schiffe ein. Und das nächstgrößere wäre dann die, das Ding hier, die Galaxy, wohlgemerkt mit dem medizinischen Modul. Die gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Gucken wir uns mal die Galaxy an. Und die Galaxy hat dann, hier haben wir die verschiedenen Module, und da haben wir hier dieses medizinische Modul. Die anderen, die bespreche ich mal nicht, darum geht es gerade nicht. Und dieses medizinische Modul ist quasi eine Apollo auf Steroiden. Wir haben hier also zwei Räume, oder genau genommen drei Räume. Eins mit, die sind nicht modular, eins mit drei Tier 3-Betten. Da kann man also, wie gesagt, stabilisieren oder die Fingerquetschung behandeln. Zwei Tier 2-Betten, da kann man schon schwerere Sachen behandeln. Oder, und dann haben wir hier noch, ein Tier 1-Bett. Das heißt, das Ding ist quasi so viel wie anderthalb Apollos. Wenn man zum Beispiel sagt, die Apollo mit drei Tier 3-Betten und zwei Tier 2-Betten. Und dann haben wir noch ein Tier 1 dazu. Das heißt, das wären quasi anderthalb Apollos, die man hier hat. Und zusätzlich natürlich entsprechende Lagerräume, hier ein Frachtmodul. Und ja, halt die Riesbauenmöglichkeit über das eine Tier 1-Bett. Was hat das Ding für einen Vorteil gegenüber der Apollo? So, das Ding hat den Vorteil, dass es hier hinten, wie alle Galaxies, einen kleinen Hangar hat. Und dieser kleine Hangar, da wird es jetzt interessant, weil dieser kleine Hangar, der bietet jetzt mehrere Möglichkeiten. A, kann man in dem kleinen Hangar so eine Pisces Rescue unterbringen und quasi die Pisces Rescue als Zubringer für diese Galaxy verwenden. Das heißt, die kann dann quasi die Kranken irgendwo abholen, die stabilisiert werden müssen. Und auf dem Flug werden die stabilisiert und werden dann hierhin gebracht zur finalen Heilung. Das heißt, zur Heilung in dem Tier 2- und Tier 1-Bett. Zweitens ist dieser Hangar natürlich in dem Sinne sinnvoll, dass, und das ist jetzt auch Spekulation, später in diesen Hangars ja die entsprechenden Fahrzeuge gespawnt werden können sollen. Das heißt, wenn hier ein Spieler spawnt oder aber geheilt ist, dann muss er nicht darauf warten, bis die Galaxy irgendwo ankommt, sondern kann vielleicht, das ist alles ein Vielleicht, hier in diesem Hangar sein eigenes kleines Minischiff spawnen. Vielleicht hat er eine normale Pisces oder er hat ein anderes sinnvolles kleines Schiff mit Quantum Drive, vielleicht eine X85, und kann die dann hier spawnen und kann wieder sich auf den Weg machen, wohin auch immer er möchte. Das heißt, er ist nicht darauf angewiesen, dass die Galaxy irgendwo andockt und dass er dann von Bord gehen kann. Oder aber er kann auch eine Möglichkeit, den Käpt'n der Galaxy dafür bezahlen, dass er dann halt mit der Pisces Rescue oder dem Snub-Schiff, was irgendwie auch immer ist, dahin gebracht hat, wo er hin möchte. Das heißt, der Vorteil der Galaxy gegenüber der Apollo, erstens mehr Betten, mehr Möglichkeiten, zweitens eventuell, großes Aber und großes Wenn, die Möglichkeit, sich irgendwo hinbringen zu lassen. Oder das Schiff früher zu verlassen, als dass es vielleicht bei einer Apollo möglich wäre. So, und dann werden wir quasi noch eine Nummer größer und da, wir gehen jetzt immer weiter in den Bereich der Spekulation rein, wir werden noch eine Nummer größer und das nächstgrößere nach der Galaxy mit einem MedPod wäre dann halt natürlich dieses Ding hier, das ganz große Medical Gameplay-Schiffchen, wenn man sie entsprechend ausstattet, die Endeavor, natürlich die Endeavor, hier auf der Seite steht es drauf, die Hope-Klasse. Die Hope-Klasse hat einen großen Klinik-Bereich, den sieht man hier hinten so angedeutet, einen großen Klinik-Bereich, wo, und auch das wissen wir nicht, wahrscheinlich wahnsinnig viele Betten drin sind, höchstwahrscheinlich, was heißt höchstwahrscheinlich, auf jeden Fall noch mehr als in der Galaxy-Klasse, also sowohl Tier 1, Tier 2, als auch Tier 3 nehme ich mal stark an. Und das Wichtige ist, unten drunter, wenn man es denn installiert hat, kann man dann ein entsprechendes Hangar-Modul auch noch einbauen. Das heißt, das ist im Prinzip ein riesiges fliegendes Krankenhaus mit einem Hangar-Modul, was laut Beschreibung, jetzt wird es interessant, zwei Schiffe der Cutlass-Größe beherbergen kann, was natürlich die Cutlass-Red dann wahnsinnig interessant macht. Und was, und da kursieren auch Gerüchte und Bilder und Vermutungen und Abmessungskalkulationen der Spieler, der Community, was vielleicht auch, wenn es zwei Cutlass-Schiffe beherbergen kann, eine Apollo beherbergen kann. Wobei das eigentlich unnötig wäre, weil die ist ja quasi ihr eigenes, kleines Hospital. Aber Cutlass-Red auf jeden Fall. Und das macht dieses Schiff natürlich noch interessanter, vor allem die Größe des Hangars, weil hier können mehr Spieler spawnen, mehr Spieler behandelt werden. Wir haben Zubringerschiffe wie die Cutlass-Red, die auch hier wieder stabilisierend Patienten herbringen können, beziehungsweise einen großen Hangar, der dann für die Spieler, die hier spawnen, mittlere Schiffe, also bis zu mittleren Schiffen spawnen können kann. Die können also hier quasi ihren Jäger spawnen und dann gleich wieder in die Schlacht stürmen, wenn dieses Schiff hier, die Endeavor, in der Nähe zum Beispiel einer großen Raumschlacht geparkt ist. Und die können sich dann quasi wieder hier in die Schlacht stürzen. Wie dieses Spawnen in Hangars bewerkstelligt ist, das wissen wir auch noch nicht. Ob das ein bestimmtes Zeitlimit hat, vermutlich ja. Ob das bestimmte Kosten mit sich bringt, vermutlich ja. Das sind alles Spekulationen. Und das weiß wahrscheinlich noch nicht mal CIG selber. Und ich denke mal, da wird sich noch einiges ändern und wird auch einiges revealed werden. Ja, das ist das Gameplay. Also wie gesagt, Zusammenfassung, es wird diese Zubringerschiffe geben. Es wird größere Schiffe geben, wie die Cutlass Apollo, äh, quasi die Cutlass Apollo, die RSI Apollo, wo man dann auch spawnen kann, wo man dann aber auf dem Schiff gefangen ist quasi, bis es irgendwo andockt. Es wird noch größere Schiffe geben, wie zum Beispiel die Galaxy mit dem Madpod, wo man dann auch einen kleinen Hangar hat, wo man zumindest dann früher abhauen kann und dann nachher die ganz großen Pötte, wie zum Beispiel die Endeavor, äh, Hope, wo man dann vielleicht auch seine eigenen Kampfschiffe spawnen kann. Wie gesagt, alles Spekulationen. Und dann wegfliegen kann. Und das in Verbindung mit dem wichtigen Aspekt des Death of a Spaceman, dass man also Tode nicht mehr auf die leichte Schulter nimmt, dass Verletzungen behandelt werden müssen, weil sie sonst vielleicht zum Tod führen oder weil sie sonst massive Einschränkungen mit sich bringen. Ähm, das lässt mich dann halt hoffen, dass dieses medizinische Gameplay ähm, in eine Richtung geht, wo es wirklich notwendig ist. Wo der Spieler sich also fünfmal sagt, oh, ich bring mich jetzt um, weil es ist ja viel einfacher, weil, naja, bevor ich jetzt irgendwo spawne, sondern dass es notwendig ist. Weil nicht nur der zeitliche, sondern auch der persönliche materielle Effekt, sondern auch die Degeneration des Charakters berücksichtigt werden muss. Und später gibt es ja auch keine Reset mehr. Selbst da ist ja der persönliche Effekt, vielleicht hat man eine super tolle Rüstung oder vielleicht hat man wahnsinnig viel Geld dabei. Ich weiß nicht, ob man es später mit sich selber rumschleppt. Oder vielleicht hat man besondere Waffen dabei. Aber auch die Degeneration des Charakters, das möchte alles berücksichtigt werden. Und da werden sich dann Spieler hoffentlich, so plant es zumindest CRG, sich fünfmal überlegen, ob sie sich nicht behandeln oder ob sie sich einfach sterben lassen oder absichtlich sterben lassen und dann einfach wieder irgendwo respawnen. Und da hoffe ich dann halt, dass das medizinische Gameplay eine echte Profession für Spieler wird. Und in die Richtung möchte ich. Demzufolge habe ich mich natürlich auf der letzten IAE auch entsprechend ausgestattet. Die Folgen habt ihr gesehen. Aber dazu möchte ich betreten schweigen. Also in dem Sinne hoffe ich, dass es in diese medizinischere Geschichte geht. Und jetzt kommt eine reine Spekulation, so ein bisschen zum Abschluss. Ich hoffe natürlich, dass das Spawnen quasi als Einnahmequelle herhalten kann. Das heißt, wenn Spieler irgendwo sterben, dass sie dann die Möglichkeit haben, willst du zum Beispiel auf der Endeavor hier spawnen? Spawn wurde vom Captain oder vom Eigner so eingestellt, dass ein Spawn 20.000 kostet oder 10.000, keine Ahnung. Das sind einfach so wilde Werte, die ich jetzt in den Raum werfe. Und dass das also mit Kosten verbunden ist. Erste Geschichte. Aber auch, dass das Behandeln natürlich, wenn man denn gespawnt ist, auch mit Kosten verbunden ist. Dass zum Beispiel eine Tier-2, Tier-3-Verletzung entsprechende Kosten verursacht, die halt der Patient tragen muss. Sonst wird er halt nicht behandelt oder darf er da nicht spawnen. Und genau solche, die Versorgung mit Raumschiffen, das heißt, hier einmal ein Raumschiff spawnen, auch das müsste natürlich dem Patienten quasi in Rechnung gestellt werden. Dass man also in der Tat in der Lage ist, mit dieser Profession, genauso wie mit Mining und genauso wie mit Salvaging, Geld zu verdienen. Und dann vielleicht später auch, und da spekuliere ich noch weiter, das hat noch nicht mal CRG gesagt, dass man sich mit entsprechenden höherqualitativen Mittelchen vielleicht auch schneller behandeln lassen kann oder mit einem Buff behandeln lassen kann oder sonstige Schoßen. Also, dass die Möglichkeit besteht, sich da, sagen wir mal, auch eine Nase zu verdienen, wie es halt im Moment mit Salvaging oder mit Mining oder mit Bounty Hunting oder so, wie es damit gestellt ist. Also, das ist so meine Spekulation und ich hoffe, dass die Sache in die Richtung geht. Ich habe jetzt einfach mal ein Pferd drauf gesetzt. Wenn CRG irgendwann im Laufe der Zeit dann sagt, nö, machen wir doch nicht, ist einfach nur so ein Nebengameplay, dann habe ich halt Pech gehabt, dann ist das halt so. Aber ich denke nicht, dass sie so viele Medical Schiffe ins Spiel bringen beziehungsweise noch springen werden, dass da, ich denke mal, dass da noch was passiert. Also, das ist so mein Ding. Das ist so mein Quo Vadis Mr. Flag und mein Quo Vadis Star Citizen. Mein Quo Vadis ist klar. Mein Quo Vadis sagt Richtung Medical Gameplay, Forschung und Medical Gameplay und wohin Star Citizen sich dann bewegt, das müssen wir noch gucken. Da sind viele Wenns und Abers drin, aber ich denke mal, das werden wir uns dann mal angucken. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in das, wo ich hin will beziehungsweise wo Star Citizen hin will mit Medical Gameplay so ein bisschen gefallen. Ihr könnt mir ja drunter schreiben, was ihr von der Idee haltet, in Richtung Medical Gameplay zu gehen. Ob das zu waghalsig ist, ob das eine lustige Idee ist, ob das eine saumäßig blöde Idee ist. Saumäßig blöde Idee ist ja sowieso in Star Citizen zu investieren. Aber schreibt es mir mal drunter. Ja, also so ein bisschen Erfahrung habe ich ja schon Medical Gameplay. Ich habe ja schon mal ein paar Episoden gemacht als Doktor allein in Jumptown. War ganz lustig, war nicht ganz ernst gemeint. Aber so stelle ich mir das später halt vor. Okay, dann sage ich erst mal Danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck aus von diversen Homepages und um Star Citizen. Bis dann denn.